Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video, zu einer neuen Rezension. Und zwar geht es heute um das Buch meiner Challenge der Jugendliteratur und zwar von Tamta Melashvili Abzählen. Wer meinen Lesemonat schon gesehen hat, der hat so ziemlich das meiste von meiner Meinung dazu schon gehört, aber ich will trotzdem noch eine separate, zu der Vervollständigung meiner Challenge, eine separate Rezension drehen. Und ja, es geht um zwei Jugendliche, die 13 Jahre alt sind, also es sind und zwar Mädchen, die in einem zerbombten Land, in einem zerbombten Ort leben. Sie suchen in den Trümmern nach Sachen, die sie irgendwie verwerten können, nach Essen, nach Getränken. Sie kämpfen sich so ein bisschen auch mit der, ja, Aufdringlichkeit der jungen Männer herum und es wird eigentlich ihr Alltag beschrieben. In diesem völlig zerrütteten Land müssen sie mit ihren ganz normalen Jugendproblemen, wie zum Beispiel der ersten Periode, das erste Mal Streit unter Freundinnen einfach mal zurechtkommen. Und das hat der Autorin auch sehr, sehr gut eingefangen. Aber ich fand die Umsetzung halt ein bisschen schlecht. Ich habe das Problem gehabt, mich halt so ein bisschen in die Charaktere hineinzuversetzen, da die Autorin komplett auf wirkliche Rede verzichtet, also halt eben auch keine Satzzeichen der wirklichen Rede benutzt. Es wird halt alles entweder aus der dritten Person beschrieben oder wenn jemand spricht, wird es nicht gekennzeichnet, dass derjenige jetzt gerade spricht. Und ich fand das halt sehr verwirrend. Also durch diese komische Distanz zu den Charakterien, weil die halt eben einfach keinen richtigen Dialog mit mir geführt haben, habe ich mich nicht in diese Charaktere hineinversetzen können. Ich habe nicht mit ihm so mitfühlen können, mitgelitten. Und es war für mich einfach irgendwie so, ja, als würde ich halt so einen Tatenbericht halt eben in der Zeitung, einen Tatsachenbericht lesen, ohne mich emotional reinzusteigern. Und ich habe mich stellenweise verloren gefühlt, weil ich nicht mehr hinterherkam, wer jetzt gerade was gesagt hat. Wenn die zwei eine Diskussion haben untereinander, dann geht es manchmal so schnell hin und her. Ja, und wenn das nicht gekennzeichnet ist, wann jemand anfängt zu reden und der andere aufhört und der andere anfängt, hatte ich teilweise wirklich Probleme nachzuverfolgen, wer jetzt was gesagt hat und wieso. Und teilweise dachte ich dann so, wieso sagt ihr das jetzt? Ach so, das ist ja die andere. Und ja, ich fand die Umsetzung einfach wirklich schlecht für mich. Vielleicht stört es andere nicht, es in so einer Art und Weise zu lesen. Mich hat die Umsetzung sehr, sehr gestört. An sich fand ich die Charaktere okay. Also für das, was sie erreichen wollte, die Autorin, hat sie auch definitiv die richtigen Charaktere eingesetzt. Und auch, um das krasse, makabre rauszuholen, hat sie es auch richtig gut umgesetzt. Aber ich fand den Schreibstil halt einfach wirklich schlecht. Also in meinen Augen schlecht. Wenn sich davon jemand nicht stört, dass es halt keine wirkliche Rede gibt, ich mag solche Geschichten nicht so, denn ich finde, wirkliche Rede unterstützt die Emotionen der Sprache. Und wenn ich keine wirkliche Rede habe, kann ich diese Emotionen für mich jedenfalls nicht spüren. Und ja, deswegen hat es mich gestört. Aber wie gesagt, wenn es jemanden nicht stört, dann schaut man auf jeden Fall rein. Das ist ja nun kein ganz, ganz dünnes Buch. Das hat ja nur 112 Seiten. Das liest sich super schnell weg. Das Taschenbuch kostet 9,95. Ich habe es jetzt aber gebraucht, schon bei 99 Cent bei Rewail gekauft. Also, ja, kriegt man überall. Ja, ich kann verstehen, auf der einen Seite, warum sie diesen Preis bekommen hat. Auf der anderen Seite finde ich, zu diesem Thema Kriegsgebiete und Jugendliche in Kriegsgebieten gibt es noch wesentlich bessere Bücher. Und deswegen, ja, ist jetzt nicht so absolut meins gewesen. Aber man kann es lesen. Sagen wir es mal so. Das war jetzt mein Kommentar zu dem Jugendliteraturbuchpreis-Buch für diesen Monat. Und wenn ihr mögt, dann sehen wir uns beim nächsten Rezension, wenn ich wieder was gelesen habe, was ich rezensieren möchte. Denn ihr wisst, ich rezensiere ja nicht alle Bücher, die ich lese. Aber ja, noch ein paar Rezensionen kommen auf jeden Fall. Und ich freue mich, wenn ich euch da wiedersehe. Und wenn ihr mir fleißig kommentiert, lest was Schönes und macht's gut. Bis dann.